Hallöchen und willkommen zurück hier bei Castle Strike. So, die Torfunktion ist gestört. Wieso denn? Was ist los? Ist irgendwas kaputt? Ist hier irgendwie... Ah, 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 Feinde. Oha. Okay. Das ist natürlich nicht gut. Da soll man vielleicht gucken, dass wir die irgendwie töten. Töten! Töten, 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 töten. So, dann sollten wir irgendwie mal den Burgfried wieder aufbauen irgendwann. Ist natürlich nicht nett, wenn die hier die ganze Zeit meinen, die müssen hier herkommen und uns belästigen. So, da kommen schon unsere Helden. Metzeln sie nieder. Okay, die Helden verpissen sich, sie haben Angst. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass man hier vielleicht das Dorf hier irgendwie wieder hinbekommt. Wir werden mal ein paar Leib-Eigene machen hier, dass wir mal ein bisschen an Materialien vielleicht auch rankommen. Und, äh, ja, ähm, dann sichern wir mal die ganze Sache hier. Erstmal werden wir keine arbeiten lassen. Wir müssen erstmal hier wieder alles aufbauen, bis wir wieder so weit fit sind. Ich glaube, die gehen jetzt automatisch hier wieder alles aufbauen. Wohin geht der? Hallo? Wo sind wir jetzt hin? Wohin gehen unsere Leib-Eigene? Ähm, wenn ich das auch wüsste... Oh, da kommen wieder Feinde! Vorsicht! Ach, Mist, ey. So, tun wir erstmal gucken, dass wir hier vielleicht irgendwie... ...dass wir uns nicht hier anbreifen und so. Ach, Mist. Unsere Leib-Eigene hören nicht auf uns. Äh, wieso steht die hier rum? Ja, Sir. Moment. Wenn die jetzt hier rauslaufen, dann gehen sie wohin? Ach, die laufen da rüber. Ah, die gehen hier... Ah, die Gebäude aufbauen. Das ist natürlich gut. Die machen das schon freiwillig. Müssen sie sich mal dazu zwingen. So, ja. Sollen sie die Burgmauer noch restlich rüberreißen? Scheißegal, jetzt. Ach, das ist ein Treeborg. Ach, du Scheiße. Okay, wir müssen jetzt hier irgendwie erstmal alles reparieren. Dann gucken wir das mit hier vielleicht... Oha. Hat er aufgehört? Okay. Okay, er hat aufgehört zu schießen. Wie gesagt, die sollen jetzt erstmal wieder alles richten. Da haben wir... Was haben wir hier? Kraftfutter. Ja. Jetzt gucken wir mal. Hier ist alles so im Arsch. Am Arsch, am Arsch und so weiter. Die Kirche sollen sie auch wieder richten. Alles richten. Und dann hier möchte ich erstmal hier... Kaserne benötigt Zisterne. Also brauchen wir, dass hier dieses Wasser, falls es mal brennt. Können die wissen, was kommt, ne? So, vielleicht kriegen wir mal irgendwann hier ein paar Freiwillige, die vielleicht hier unfreiwillig unsere Zisterne bauen. Komm, wir holen sie gerade mal hierher. Yes, Sir. Yes, Sir. I'm coming. Oh je, ich hör schon wieder... Irgendwo tut sich schon wieder was. Ich glaub, hier kommt gleich wieder irgendwas angerollt. Irgendwas Böses. Hier ist Böses im Busch. Na ja. Na ja. Na ja. Okay. Alles klar. Alles klar. Kein Problem. Kein Problem. Ich hab hier genügend... Freiwillige, gezwungene Soldaten, die sich darum kümmern werden, wenn hier irgendwas kommt. Bis jetzt ist es recht ruhig hier. Haben sie den Brunnen gebaut? Jawohl. Und sie hauen schon wieder ab. Dann werde ich jetzt erstmal hier die Kaserne hin basteln. So, drehen wir das ganze Teil hier etwas. Na ja, Moment. Wo kommen denn die eigentlich rausgerannt immer? Kommen die hier vorne oder hinten rausgerannt? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir sind Böner, bauen wir es halt so hin. Von irgendeiner Seite werden sie schon rauskommen. So, würdet ihr mal bitte jetzt hier herkommen und... Ja. Mir die... Ich muss euch wieder zwingen. Ich seh's schon kommen. Ich muss sie mal wieder zwingen hier. Weil ohne das geht natürlich gar nichts ins Rad. Schießt da was auf mich? Nein. Wollen wir ein Auge drauf behalten hier? So, wir sind jetzt meine unfreiwilligen, freiwilligen Arbeiter. Wir sind jetzt mal Zeit, dass die Steu... Hallo? Ah, da kommen sie. Wir sind jetzt mal Zeit, dass die Steuern bezahlen hier. Ich höre Musik. Musik, die nicht... Ich höre Musik, aber irgendwie sehe ich keinen Feind. Und dann kommt diese Musik immer, wenn Feinde kommen. Oha! Oha, dort. Oh, meine Maus hängt fest. Oha, was ist das? Ey! Ey! Das kann doch nicht wahr sein. Lass mich in Ruhe. Ich muss den hier zerstören. Der passt überhaupt nicht hier. Was macht der da? Der macht gar nichts. Komm, lass ihn so hängen. Der macht eh nichts. Und er wartet, wenn ich meine Soldaten habe hier. Oh, ich kann schon bauen, oder? Beikämpfer. Gucken wir mal ein paar von denen. Jetzt pass mal auf, du, mein Freund. Jetzt kriegst du mal ein bisschen was ab hier. Zack, zack, zack. Wir brauchen natürlich auch ein paar Kämpfe für die... Was ist das? Ein Tribor ist das hier einmal. Das ist... Multi-Buchet. Multi-Tribuchet. Hört sich ja sehr edel an. Den brauchen wir für den Zweiten. Okay, dann brauchen wir nochmal rein hier. Oha! Sie kommen! Der Feind nähert sich. Los, Angriff! So, hör mal auf mit Gaußen hier. So, jetzt gibt's erstmal was auf die Glocken hier. Oha! Ich muss zerstören. Wir werden angegriffen schon. Holy... Fuck you. Alter. Das ist doch nicht normal hier. Habt ihr es jetzt bald mal geschafft hier, Alter? Okay. Ähm... Ja. Kleine Probleme hier gerade. Irgendwie ein bisschen. Sie greifen jetzt von beiden Seiten an. Das finde ich gar nicht nett. Okay, hier hat's aufgehört. Das Meer wird angegriffen. Alter! Kommt sofort hier. Sofort. So, jetzt. Okay. Und zack. Beine in die Fresse. So, jetzt ist Ruhe hier. Ja, mach du ruhig hier. Mach doch... Mach doch hier alles kaputt. Kannst du dich am Arsch lecken, Mann. So, hier machen wir das Loch zu jetzt hier. Schnauze voll von denen. Jawohl, der driften. Das ist gut. Vielleicht driften wir den da hinten auf. Also, fahr mal. Ah, ich weiß nicht, welchen wir den treffen. Mit dem Treeborg. Weil der nämlich richtig arschweit geht. So, hier machen wir mal wieder zu. Hey! Ach, komm, wir reißen es ab hier. Können wir es nicht abreißen? Geht es nicht? Komm. Vielleicht mache ich mich neu. Schnauze voll von denen. Äh, wir wollen... Ich möchte euch das hier aufbauen. Dann brauchen wir hier nochmal ein paar von denen. Vollidioten. Da sind wahrscheinlich einfach zu viel gestorben jetzt hier. Hey! Wieso kann ich das nicht... Hallo? Das sitzt hier. Oh mein Gott! Da kommen sie wieder angerannt. So. Ehh, wir machen uns ja keinen Scheiß hier. Zack, zack. Wieso kommen die hier mit irgendwelchen Leitern rein? Oh mein Gott! Jetzt kommen sie wieder von beiden Seiten hier. Ey, das ist echt der Hammer. Das wird gar nicht mehr auf hier, diese Angriffswellen. Das ist echt nicht normal, du. Okay, aber der beschießt den hier. Das ist schon mal gut. Der fehlt jetzt nicht da. So, jetzt... Jetzt machen wir mal keinen Scheiß hier, Leute. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen Tacheles machen. Wir halten uns... Was ist das? Das ist irgendwie Terminator, wo gleich kommt hier. Gesindenhaus. Ähm, Pecherstellung kann man gerade... Keine Bogenerei brauchen wir mal. Die sollt man vielleicht unbedingt jetzt mal machen. Die stellen wir mal hier hin. So. So, da kommen sie schon zum Arbeiten hier. Oh, da können wir jetzt schon mal... Moment, haben wir überhaupt Steuereinnahmen? Wir brauchen Steuereinnahmen. Wir können aber dieses Gebäude leider nicht bauen von denen, ne? Scheiße. Wir können keine Steuerschraube machen. Das ist natürlich doof. Dann müssen wir natürlich hier den Handel mal anfangen. Dass wir dann vielleicht mit den Materialien... Wo wir vielleicht von denen hier bekommen. Dass wir dann mal anfangen können. Steuern. Ich werde erstmal kurz Svea zum Heilen bringen. Da oben war nämlich ein Haltstein. Wisst ihr ja noch. Die werde ich jetzt erstmal darüber bringen. Das ist nämlich nicht nett, dass die jetzt hier so angeschlagen ist. Ihr geht jetzt mal schön arbeiten, Freunde. Jetzt mal gucken, wo sie hier überall ihre Materialien hernehmen. Nehmen. Gibt es hier nur Holz oder was? Was? Hör auf, ich kann doch nicht nur von Holz leben. Jetzt ist aber gut hier. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. Leute, das ist scheiße. Boah, die gehen nur Holzsacken only. Stein wird es aber kein Stein. Das ist traurig. Wir haben nicht mal irgendwelche Einnahmen. Das ist fuck. Richtig ekelhaft. So wie es aussieht, wir haben aber da angegriffen. Okay, dann werde ich hier mal ein paar Bogen machen und ein paar Armbust schützen. Okay, also gut, die sind alle tot. Okay, das ist jetzt natürlich wirklich für mich eine scheiß Situation hier. Ich will mal kurz, mir hier kurz mal so ein Sperrkämpfer, den alle verletzt, nehmen wir halt den hier. Wir müssen jetzt schauen, dass wir vielleicht hier irgendwie, ich gehe mal hier runter und schaue mal, ob es da irgendwo Material gibt. Stein oder irgendwas. Ach, jetzt hört er auch auf. Oh mein Gott. Sie greifen mich an. Los, rein da. Wenn sie restlich nur übrig sind, sie dürfen. Jawohl. Töte sie. Sie verbissen sich, sie haben Angst. Genau, so muss es sein. So ist es richtig. Mist. Ah, ich kann wieder bauen. Das ist ja geil, oder? Ist ja sowas von Rattenarsch geil. Ey, ja, ist gut. Ist okay. Ist okay. Pass auf. Ey. Was hast du jetzt da hinten nicht fertig gemacht? Zum Beispiel da. So. So möchte ich das. Nein, nicht so. Nicht so. Ich möchte das. Anders haben. Nicht so wie du. Das möchtest. Ey, das kann ich hier nicht. Da. Das ist doch nicht normal. Was haben die hier angestellt? Verdammt nochmal. Da reißt man die Kacke hier ab. Weg. 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 So. Okay, jetzt können wir vielleicht hier wieder irgendwie rankommen. Ne, geht nicht. Warum nicht? So aber. Okay. Auftrag ausführen. Hochziehen die Mauern. So, da ist hier mal wieder ein bisschen ganz. Das heißt, ganz ist es jetzt auch nicht. Aber wir machen mal die Schotten dicht hier. Wir wollen ja nicht hier ungebetenen Besuch bekommen. So, hier vorne machen wir genau das gleiche Spiel. mit dem restlichen Stein, wo wir haben. So, bauen wir das hier neu auf. Ah, halt. Doch, passt. So, einmal so. So, das muss reichen erstmal. Die Schotten machen wir dicht hier. So. Okay, weil die werden jetzt hier wahrscheinlich eh wieder angreifen. Hey! Verdammt, die haben hier zwei Treebox. Ach, Mist, jetzt zerstören sie mir wieder alles. Das ist sowas wie unfair mal wieder hier. Indie war kaputt, die scheiß Dinger. So, ich glaube, jetzt sind sie tot. Jawohl. So, jetzt gibt denen noch ein bisschen was. Genau. Oh, prima. Super. Genau. Okay. Okay, so ist es gut. So könnte es vielleicht klappen, was wir vorhaben hier. Hier kommen sie jetzt auch nicht mehr so schnell ran. So, wo ist mein treuer... Such mal hier ein bisschen Material, Alter. Das geht doch voll nicht sowas. Was ist das? Was zum Henke ist das? Komm ich da hin? Nee, das sind die scheiß Wälder im Weg. Ey, das kann doch nicht sein, dass mir nur mit zu wenig Material auskommt. Oh. Oh. Bitte. Nicht gut. Ey, wir sind ja total eingekesselt, ne? Aber hier ist der erste Feldherr, den wir töten müssen. Lassen wir den hier mal als Alarmanlage stehen. So, wir können ja mal mit dir ein paar gucken, wie es aussieht da unten, ob wir da irgendwie hinkommen oder nicht. Ich seh' mich schon tot. Vorwärts. Ah, bist du geheilt? Gut. Also wirklich. Heile, heile machen ist gut. Warum nicht? Ich hör ja schon wieder irgendwas. Oh, ein Bär. Ach süß. Hohohohoho. Okay. Der hätte uns vielleicht irgendwann mal wehgetan. Wer weiß. Jetzt holt ihn euch. Hohoho. Okay. Wir müssen noch viel... Alter. Ach, Mist. Ey, das ist so unfair. Das geht doch nicht so was. Wollt schnell da rein mit dir. So. Okay, wir müssen trotzdem aufpassen, dass uns nicht jedes Dorf hier wieder brennt. Wir müssen sparsam sein. Okay, also. Einmal hier von denen hier fünf. Machen wir mal zehn. Bogenschützen. Dann machen wir von denen hier nochmal zehn. Setzen die hier gerade mal hier drüben draußen hin. Dann werde ich einen Priester auf jeden Fall machen. Eine Kapelle. Mönch ermöglichen. Also das müssen wir erstmal wieder hier erforschen. Momentos. Mauer und Krone mit Holzwehr. Ah, okay. Das können wir brauchen. Da wir dann eh wahrscheinlich hier versuchen müssen, dass wir hier oben ein paar Soldaten platzieren. Dann kriegen wir die auf jeden Fall besser bekämpft hier unten. Verdammt. Wir haben halt kaum Stein. Wir müssen mal gucken hier. Marktplatz. Müssen wir erstmal hier ein bisschen Holz verkaufen. Wir lassen sie eh alle Holz fällen. Anders geht's ja nicht. Dann werden wir mal ein bisschen Stein einkaufen hier. Wird immer teurer. Prima. Super. Und natürlich auch etwas Eisen. So. Okay. Woher greifen sie jetzt wieder an? Oh. Oha. Gut gemerkt. Hier ist es ruhig in der Richtung. Ach, die laufen jetzt außen rum. Ah. Weil sie hier nicht mehr rankommen, laufen sie jetzt hier entlang. Das ist ja nicht schlecht, ne? Da können wir hier eigentlich mal die Mauer mal kurz abreißen. Und ziehen sie neu rüber. So. Nein. Wir brauchen kein Tor. Wir brauchen eigentlich nur die Mauer hier. Nein, nein. Wir machen schon so, dass wir es so bauen. Dann so rüber vielleicht irgendwie. Ach, leck. Wieso geht das nicht? So wie ich das will. Es sind Bäume im Weg, ne? Nein, so ist es blöd. Ah. Nein. 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 Verdammt. Okay, wir brauchen es so. Okay, ist doch in Ordnung. Ist trotzdem noch gut. Ich denke, ist jetzt noch eins kaputt hier. Auch auf Bound, komm. Hey! Hallo? Jetzt hat er es. Okay, also jetzt die... Ah, das ist gleich fertig hier. Eimerkette ist auch gut. Oh, dann machen wir hier noch alles. Müssen wir eher jetzt machen hier. So, Bogenschützen ist auch klar, dass wir die hier hochfetzen müssen. Ja, wie ist das? Futter müssen wir mich ermöglichen. Brauchen wir auch. Da ist unser Dings hier. Dingsbums da. So. Ich glaube, wir haben da einiges verballert. Gerade an Einnahmen und so, ne? Ich weiß nicht, wo rennen die jetzt rum? Zum Holzfällen? Ach, da hinten. Kommt es aber nicht von hier, oder? Ne, können sie gar nicht. Ah, guck mal Landu. Das sind doch kleine Wichser, ey, oder? Okay. Wir versperren die den Weg. Alles gut. Ah, wir haben Holzfährt. Da haben wir hier auf die Ecke drauf. Da können wir aber noch ein Türmchen hinbasteln. Gut. Ne, warte mal. Das haben wir hier. Da haben wir weg. Ähm. Wir bauen da ein Türmchen oben drauf. Großen Turm. Darf ich den da hinsetzen? Ne, ich glaube, das ist falsch so. So ist der Turm. Muss ja hier natürlich nach innen gesetzt werden, ne? Geil, jetzt bauen wir mal, was passiert? Ne, das passt so. Nein, das passt nicht so. Der zu einem beschissenen Eingang. Auf der falschen Seite, glaube ich, oder? Aber es spielt ja eigentlich gar keine Rolle, ne? Oh, jetzt haben sie es gut gemacht. So. Hey! Geht ihr auf damit? So. Toll. Jetzt haben sie es gut gemacht. So, aber wir werden jetzt hier mal kurz ein Päuschen machen. Und uns dann auf jeden Fall wieder im nächsten Part sehen. Weil, ich hoffe, dass sie jetzt die da hinten noch kriegen hier. Ne, kriegen sie nicht. Schade. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier genügend... Ach, das sind Axtkämpfer dabei. Und die brauche ich nicht da oben. Die brauche ich natürlich nicht. Ah, okay, sie kriegen sie. Gut. Aber die kriegen auch nicht so, wie es aussieht. Autsch, Autsch, Autsch. Scheiße. Geh ein, Hammer, oder? Ah, gut. Sie packen zusammen. Sie versuchen, sich zu verpissen. So. Okay, die haben wir jetzt gekriegt. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Hoffentlich klappt es dann besser. Tschüss. Okay, wir sehen uns dann, 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 wir sehen uns dann